Ich muss sagen, meine Lieblinge war halt auch Bu. Und... Ich fand Cell halt auch ziemlich geil. Die dritte Frau. Aber Bu fand ich halt auch mega. Bu? Cell? Bu sieht aus wie ein Kaugummi, ja. Vegeta und Bu. Freeza. Bu, Cell, Dabra. Ich mach das C18. Ja. Ja. Wo sie noch böse war. Aber sie hatten halt einen eher kurzen Bösewichtsauftritt. Vegeta, Freeza, Bu. Ja gut, Vegeta war als Bösewicht auch am Anfang sehr... schon nice. Was ist denn, Bu? Hm. Ist das sie? Ja. Bitte, lasst es funktionieren. Jetzt brauchen wir ein Miracle. Lass uns das machen. Okay. Fusion. Ha! Hm? Weil er mit der anderen Synchronstimme... Gut, denkst du mich auch cool. Yeah! They can turn into a Super Saiyan even after fusing. Kim Fin! Stürb, 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 Raketen, Salve! Oh, ma'am! Oh, ma'am! Oh, ma'am! Oh! Kamehameha! 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 Ah! Ah! Ha ha! Do you like bag apples, huh? Ah! 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 Hey! No fair! Ach, die Attacke! Die hab ich voll vergessen. Beste Attacke, ja. Jetzt will ich sie sehen. Oh, Stufe 69, ja. Du bist, du bist. Du bist, du bist. Aber ich will ein bisschen schrauben Piccolo. Das wäre mehr Spaß. Es ist kein Wunsch. Ich habe nicht genug Energie, um mehr meiner fantastischen Bewegungen zu entfernen. Jetzt ist es, dieses Welt ist so gut wie weg. Du bist, du bist. Wie ernsthaft? Wow. Ihr seid doch bescheuert. Oh, warte, jetzt habe ich... Ich habe mich verklickt. Schlaf schön, Johnny. Danke, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Meine super-awesome-movin'-stuff. Hey, hey, you said you didn't have any of your power left. Oh, money. You have to make things a little more dramatic. Idiot! Why make things more dramatic at a time like this? Hurry up and fix the entrance, you stupid green party pooper! I can't fix it, you cocky little spoiled brat! I hate this place! Piccolo, what's that? I don't believe it! How did he... He used his massive energy to rip a hole between dimensions! N-no! It's gone! RIP! Hier geht man Peace auf den Sack. Meinst du jetzt Manga, oder was? Oh, wenn ich die Fähigkeit auch hätte, euch einfach in Süßigkeiten zu verwandeln. Wäre das geil. Ja, ich will euch auch in Schokolade verwandeln. Also, wir schmecken. Mir egal. Ich hab's auch in Schokolade. Oh, ich will von Liz Van Aschwer an die Ratten verfüttert. Oh, ich glaube ich werde es auch in Schokolade verwandeln. W-what do you mean? Wenn wir denn von Liz Van Aschwer an die Ratten verfüttert? Natürlich esse ich euch! Ich verschwende keine Süßigkeiten. Die kleinen Übertreiber. Oh, einfach so. Er bleibt noch weiter stehen. Mein Zartbitterschokolade. Oh, Zartbitterschokolade mag ich. Oh. 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 Sie haben sie gegessen? Sie haben sie in den Schokoladen! Ich bin jetzt so schockiert! Hier kommt ein Geld! Ja, wieder die Musik. Ausgewichen. Wow! Komm, ich will dich in den Himmel schießen! Awww. Schade. Superghost Kamikaze Attack! Yay! Amazing? Okay. 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 Warte. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Schlaf schön. Danke, dass du da warst. Liebe statt Liebe. Schade Schokolade. Ein schönes Wochenende auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Oh-oh. 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 Schade. 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 Okay, jetzt hat er es jetzt zerstört. Toll, da hat er mal was Positives gesagt, was Nettes. Kommt sowas direkt danach. Wir sehen uns erst wieder, wenn du stirbst. Ach so, Gugu, du bist echt gut mit worden. Stirb schneller, dann sehen wir uns auch wieder, mein Sohn. Ich vermisse dich. Aguans will optionen free geben. Ich nehme meine Läden, jetzt. Wir sind auf dich. Genau. Ich habe ein kleines Request, Kibito. Könnte ich für eine Veränderung der Kleine? Ich würde einen Outfit, genau wie mein Vater. Ja, ich sehe. Consider es fertig. Na, ich sehe. Es war die Farbe der Exkremen produziert von den Frogs auf Popel, ja? Er mag die Kleidung auch nicht. Ja, Pock, irgendwie. Ja, endlich die richtige Kleidung. Was ist los, Marco? Dann hat mir, äh, hat, was hat mir wieder das verbotene Wort zu mir gesagt? Was? Welches verbotene Wort? Hä? Komm zurück, Keks. Verrückter. Hä, das habe ich doch jetzt schon lange nicht mehr gesagt. Du hast dich doch jetzt, äh, immer zurückgehalten. Da gab's gar nicht mehr dieses Wort. Ich habe mich jetzt immer zusammengerissen, das ist nicht zu sagen. Ich habe mich immer zusammengerissen jetzt. Ich war voll lieb und habe mich immer bedankt, ganz normal. Ja, ich habe verstanden, dass du es gesagt hast, Sven. Aber ich wusste nicht, dass das Wort verboten ist bei mir. Deswegen verstehe ich jetzt das Drama nicht. Kann ich irgendwelche Aufgaben eigentlich machen? Bestimmt nicht. Einfach mal Nebenaufgaben machen, während die Welt eigentlich... Im Grunde lebt ja keiner mehr. Das ist verboten, weil ich es nicht bei mir mag. Mir kann man keine Worte verbieten, aber gut. Das sind wir. Da sind wir. Wir sind wirklich verletzt, jetzt. Unsere Zeitung haben wir rausgebracht. Wir werden uns getötet, nicht wahr? Wir können nicht viel machen, aber ich werde zusammengekommen. Wir werden uns weitergehen, um das alles zu tun. Da kommst du zurück, Mosi. Im Land der Lebenden. Gohan! My brother is here! Hooray! He wasn't dead after all! Whoa, that's Gohan? There's something different about his energy. He seems more confident. Maybe that could be why I didn't recognize him. Where's everyone else? They're gone. Majin Buu killed them all. Even Mom? And Dende? Yeah, we're the only ones left. Heh heh heh. They were yummy. Oh, it's Trigger Day in Ono. I ate every last one of them. No, he's wrong. It's faint, but I can sense some key. Heh heh heh. Don't tell me. You're going to fight me. Böse Buu. Böse. Ich sorg jetzt dafür, dass du wie Kaugummi an diesem Felsen kleben laufst. Oh, Felsen kaputt. Schade. Oh, Felsen kaputt. Here I go! Oh, Felsen kaputt. Ah, schön ausgewichen. Oh, Felsen kaputt. Ich bin stärker. Ich bin stärker. Ich bin stärker. Bei Si? In I? Da. Ich bin stärker. Ach god. Chöông lat auf. Ach ja, nicht schlecht. Oh, scheiße, zu doofkopf. Böser Patrick. Was? Ach nee, macht das irgendwie. Deiner Macht von, ups, falsche Furcht. Wow. 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 Was ist jetzt? Was soll ich jetzt im Chat... im... was? Jetzt bin ich verwirrt, warum sollte ich jetzt in den Dings gucken? Oh Gott, dieser Blick, Alter. Ich werde dich töten! Schlaf schön, Oni-Chan. Schlaf schön, danke, dass du da warst. Träum was Schönes. Erhol dich gut. Ja, bis die Tage. Wollen wir mal Schönes. Ich kann nicht glauben, dass er sich aufbaut. So, ist Boo... dead? Nein. Er war stärker. Oh ja? Hm. Vielleicht ein bisschen. Windel-Pupe. Das erinnert mich an, Gohan. Woher hast du all diese Kraft bekommen? Hm. Woah. Das alte Mann klingt ziemlich cool. Wir haben die... wir haben noch die Regeln, wir sind die doch immer durchgegangen, Keks. Deswegen verstehe ich jetzt gerade nicht, ob... macht es doch so, wie wir es abgemacht haben. Hm. Hm. Ihr seid sogar noch viel zu gnädig, ich würd direkt an der Nachbarn. Ja? Leider zum Abschied, jaaaah! Ich hab leider nur das hier mit dem, mit dem Huck als Liebe. Nicht Bann, weil ich schlafen gehen will? Nein, nicht du! Von dir ist gar nicht die Rede. Man braucht ja niemanden im Chat, der nur so einen Quark von sich gibt. Und nein, du bist nicht gemeint, Pierre! Wie ein Bann, ist was umsonst? Ja, ein Keks im Abschied. Aber warte! Wer könnte sie denn tun? Wow! Schlaf schon, Unitsche! Fuck! Mark! Toll, jetzt kann ich ihn noch weniger ernst nehmen. Wieso kämen wir mich bannen? Dann banne ich ihn auch. Dann ist es fair. Der Mann mich halt! Pfff! Okay! Nee, ist so anstrengend. Da muss ich ja wieder das Schwert zurückholen und so. Auf den Arm, kleinen Unitschan! Wie die den einfach loslassen. Schön. Hätte ich auch gemacht. Ja, darfst du Unitschan. Alles gut. Schlaf schön. Okay, Mosee, wow. Okay. Wer war eigentlich derjenige mit der Friseurlehre? Das war Mosee. Oh, nein, du bist nicht, Buu. Du bist immer noch mit mir. Hehehehe. Erstmal, ich will Schlussieren mit ihnen. Dann kannst du und ich kämpfen. Warum? Warum willst du mit ihnen zu kämpfen? Was passiert mit all dem Gespräch über dich, dass ich mich will? Was ist falsch, Unitsch? Was? Wir sind nicht so Angst vor dir. Wir werden diesen Mann für gute Trunks verbraten. Jetzt sprachst du. Warte, etwas ist nicht richtig hier. Hast du nicht alles so... ...und so etwas... ...und so... ...und so... ...und so... ...und so... ...und so... ...und so... Mama schlぎ? Jaaah... ...jaaah... ...jaaah... ...jaaahー. Wär мик-gびibli... and then? Wär schön wenn sowas ablenken kann... ...tadadadaaaah! Ah, du bist zum Arsch, ey, das ist doch voll cool. Ich mag die Frise. Nein. Fusion! Die Form mag ich nicht. Wobei, der könnte damit voll gut peitschen. Ist schon praktisch. Er hat seine Peitsche direkt bei sich. Okay, warte mal, das klingt auch gut. Vertiefen wir das nicht. Das würde ich auch gerne essen. Ist ja praktisch. Ich bin sicher, dass in dir keine Domina verloren gegangen ist. Nee. Alles gut. Ich mache nur Spaß. Ich finde es nur lustig. Also, ich verabschiede meine Zeit. Gotik sagte, dass es eine Stunde dauern würde, um wieder zu füßen. Und wieder zu füßen. Jetzt hat er auch eine Nase. Du sagst, es ist Spaß, sag das mal an meinen Rücken. Jedes Mal kommst du so in den Keller. Ja! Macht das Spaß. Also für mich jedenfalls. Sagt ja keiner, dass es euch Spaß machen soll. Oh, jetzt... Nein, stimmt der, jetzt können die Attacken auch. Das ist so schön, ich weiß. Das kann ich viel besser Ich weiß nicht, was ihr habt, der Keller war doch super, ich könnte dir auch jederzeit gehen, gar nicht wahr, du darfst gar nicht gehen, nur weil du jetzt kein Sub-Seichen mehr hast, du bist trotzdem gefangen, einmal Sub und für immer drin, und da bleibst du trotzdem drin. Und dann